Hallo und zurück bei FIFA 15. Let's play Lee. Ja, wir spielen gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist 10. und wir haben gerade gegen Leverkusen Unentschieden gespielt. 0-0. Bayern hat verloren, sind trotzdem noch Erster und Hertha hat uns durch das Unentschieden leider eingeholt. Wir wollen gegen Wolfsburg natürlich einen Sieg holen. Wir haben jetzt auch englische Woche vor uns. Wir spielen danach direkt am Dienstag gegen Werder Bremen. Dann geht's los gegen die Fischfräse. So wie man jetzt als Hamburger Fan sagen würde. Eigentlich möchte ich ja unparteiisch bleiben. Als großer Fußballbegeisterter. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall mit zwei Stürmern heute. Haben natürlich wieder das Problem, dass wir Holpby nicht einsetzen können. Er hat natürlich im letzten Spiel nicht überragend gespielt. Würde ihn aber trotzdem gerne mal einsetzen. OM, CM, DM. Dann wird das eben mein Joker-Spieler heute. Julian Green auch raus. Und ja, wir müssen in der Winterpause echt noch ein paar Spieler holen, finde ich. Dass wir guten Ersatz haben. Was ich noch vergessen habe ist, was ich jetzt öfter mache, ist hier eine Taktik einstellen. Und da machen wir gleich mal einen hohen Druck, finde ich. Gleich mal Wolfsburg ein bisschen ärgern. Ja, nee, ist klar. Gehen wir gleich ins Spiel. In Wolfsburg natürlich. VfL Wolfsburg gegen den Hamburger ISV. So, wir müssen auch mal was überlegen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich mal Podolski demnächst mal in den Sturm setze und links einfach mal die Cilic wieder spielen lasse. Weil Podolski kommt irgendwie nicht ganz durch auf der linken Seite, so wie ich mir das eigentlich wünsche. Er hatte ein gutes Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war gegen Paderborn oder so überragend. Gut war, aber sonst noch nicht so auffallend. Jetzt die Aufstellung von Wolfsburg. Wir sehen mal Olic vorne, die Bräune, Verinia, Pericic, Luis Gustavo, Dresch. Mhm, mhm, mhm. Also so, wie man es eigentlich kennt. Mhm. Wir, der Hamburger Sportverein. Auch der Standard, das Standard, außer dass Holpby mal nicht am Start ist. Sind wir mal gespannt. Wolfsburg scheint anzufangen von links nach rechts. Wir wollen wieder drei Punkte holen. Wir haben schon viele Unentschieden, finde ich, in dieser Saison für den Anfang. Aber wir sind echt gut dabei. Wer noch nicht die anderen Folgen gesehen hat, die ersten. Ziel ist sechster Platz und wir sind gerade vierter und können heute auch wieder erster werden, rein theoretisch. Also wir sind sozusagen im Sol. Ach, bleib doch dran, Jansen, Mensch. Sehr gut. Jetzt mal absoluter Konter. Van der Vaat. Er kann es halt mit dem Außenriss. Oh, das war schön. Oh, das war schön. Jetzt muss nur noch was kommen. Es gibt's nicht. Ich geb zu. Ich hab Lüpfen gedrückt. Aber dass er das dann so mit dem Kopf macht. Hm, 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 hm. Das hätte ich nicht gedacht. So, bleib dran. Bleib dran. Gib denen keinen Platz. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Platz. Jede Menge Platz haben die. Ah, Olitsch. Sehr gut. Ah, sehr, sehr gut. So. Da machen wir immer alles so eng. Okay. Flügel. Podolski. Laufen. Laufen. Ja. Genau das meine ich. Wenn ich jetzt rein in das Ding... Hör. Wenn ich eins nicht mag, ist es, wenn der Controller manchmal nicht reagiert. Ich hätte dreimal gedrückt, dass ein flacher, schneller Flanke reinkommt. Aber ich glaube, das war nur zweimal gedrückt. Gerade. Zumindest hat er das so empfunden, das Spiel. So, jetzt aber. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl, finde ich, als gegen Leverkusen. Nur, dass nicht mehr passiert. Genauso wenig vielleicht jetzt. Rotnervs. Ach, wenn er noch weitergelaufen wäre. Ich glaube, es war Berami. Der Blonde. Oha. Nicer Pass. Und Adler, den ich rausgeholt. Habe. Sehr schön. So muss das sein. Ich würde sagen, beste Chance im Spiel. Das noch 30 Minuten. Können wir jetzt nicht schon wieder torlos hier was machen. Ich muss mir was einfallen lassen. Mensch, Dickmeyer. Das war aber knapp. Dickmeyer, den ich übrigens vor ein paar Tagen persönlich kennengelernt habe auf einem Event. Mehr möchte ich aber auch nicht so sagen. Ist ja privat. So. Okay. Ich denke nach. Und zwar, ich glaube, ich gehe eine Runde offensiver. Zweite gute Chance Wolfsburg. Hamburg 0, würde ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Nichts. Hä? Und er kommt sogar noch dran. Und dann sowas. Manchmal ist das einfach funny. Oh. Sag ich doch. Funny. Äh. Es war abseits. Aber ich glaube, B. Wir werden auf jeden Fall eine Karte kriegen. Für diese Aktion, glaube ich, gegen Luis Gustavo. Hammer. Hat gar nichts gesagt jetzt. Okay. Ich brauche mehr Concentration. Auf jeden Fall. Nicht so offensiv mit den Abwehrspielern gehen. Und vielleicht mal ein Pass heil ankommen lassen. Dann wird es vielleicht was. Äh. Wow. Komm weg damit. Meine Herren. Jetzt hat Wolfsburg die bessere Taktik am Start. Und wir kontern eher mehr. Müller. Mann, der ist aber schnell. Jetzt habe ich ein Problem. Wer läuft mit? Was mache ich? Auch wenn keiner mich deckt, dann mache ich das Tor. Ha 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 ha. Ja, wenn keiner mich fault oder rangeht, dann mache ich eben das Tor. Schön von Müller. Ist auch, meiner Meinung nach, ist auch, meiner Meinung nach, aktuell einer der Besten vom HSV. Mit Holpby zusammen. Das war ja mal, mal eine ganz andere Art von Tor, finde ich. Und ich glaube noch durchtunnelt. Das heißt, Benialio darf erst mal im Training 30 Liegestützen machen. So war das bei uns immer früher im Fußballverein, wenn wir durchtunnelt wurden. Erstmal 30 Liegestützen. Sehr schön. Also, das Torbeschießen doch nicht verlernt. Echt nice. Echt nice. So, bin mir sicher, auch wenn der VfB Wolfsburg jetzt schon ziemlich viel Druck gemacht hat, die werden jetzt noch mehr Druck machen. Deswegen müssen wir ja auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit jetzt gut aufpassen. Wir werden auf jeden Fall keinen Mist bauen. Gucken wir mal. Die Bayern 0-0 gegen Anderfranckfurt. Das ist ja schon mal gut für uns. Leverkusen führt leider 2-1 gegen Mainz. Ja, 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 Hertha führt auch gegen Hannover 2-1. Und Gladbach 0-0 gegen Dortmund. Das kann ja was werden. So, wir spielen auf jeden Fall so weiter, weil das war jetzt echt effektiv und erfolgreich. Wichtig ist, dass wir vielleicht mehr den Ball in den eigenen Reihen halten. Ein bisschen Ruhe. Wir haben jetzt ja keinen Stress, weil wir führen. Nur nicht zu schlapp werden. Auf jeden Fall aufs 2-0 spielen. Ich hasse das, wenn Trainer und Vereine auf eine Sicherung spielen und nicht auf ein nächstes Tor. Ah, schade. Ah, Mensch, Rundenes. Das war eine gute Aktion, aber muss ich bald schon behalten. Alter! Das gibt aber hier mindestens dann gelb gleich, ja? Vorteilig, gar nicht gebraucht. Ich hätte lieber eine schöne rote Karte für die gesehen. So, jetzt. Ach! Das hätte doch so schön werden können. Und dann macht er so einen komischen Laufball. Ohlitzsch. Jetzt aufpassen. Und gut, dass er schießt. Tja, das ist eben der KI, würde ich sagen. Weil, hätte er ein bisschen schlauer gedacht. Wäre er weiter gerannt. Ich hätte ihn nicht mehr gekriegt, glaube ich, mit Barami. Weil er nicht mehr so schnell war. Natürlich kriegt jetzt Ohlitzsch Geld für das Graal, für das Foul. Hallo? Geht's noch? Klingelingeling. Ist für mich schon fast rot tauglich. Also es gibt bestimmt echt Schiris, die das rot bewertet hätten. Von hinten reingrätschen in die Hacke. Schon hart. Ach, Lasoba, Mensch. Spur ab. Westermann. Nicht aufpassen. So, ich werde jetzt auch mal, ich glaube, Lasoba rausnehmen. Irgendwie, der gefällt mir heute gar nicht. Podolski nach vorne und Icinovic rein. So. Aber noch einen schnellen vorne. Wir haben ja gerade schon gesehen. Oh, nächstes Spiel. Schalke gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Nicht für uns wichtig, aber schon mal interessant zu wissen, dass in der englischen Woche ein Top-Spieler ist. Oh, Aaron Hunt kommt. Aber Wolfsburg hat auch echt einen verdammt guten Kader. Müssten eigentlich auch effektiv sein. Und noch ein bisschen besser stehen in der Liga. Die sind, glaube ich, Zehntel, wenn ich mich jetzt recht wieder erinnere, was wir uns vorhin angesehen haben. Aber noch heißt das gar nichts. Jetzt kommt diese heiße Phase, wo der Gegner immer so viel Druck macht. Halt ihn! Oh, Adler, du bist genial. Sehr schön. Und jetzt der Konter. Da ist, glaube ich, Podolski. Der ist schnell. Jetzt muss er es nur noch machen. Komm schon, Podolski! Ja! Absolut richtige Entscheidung von mir. Ja, er will was hören. Ich liebe es, wenn Taktiken oder Entscheidungen aufgehen. Sehr schön. Nach vorne in den Sturm. Erster Ballkontakt durchgerannt. Und Tor mit dem Außenriss, glaube ich. Linker Fuß, Außenriss. Oh ja. Nice. Da muss ich mich mal selber auf die Schulter hauen. Wirklich gut mitbedacht, einen schnellen Stürmer vorn zu setzen. Das ist ja auch relativ schnell. Aber, ähm, nicht so ganz wie Podolski. Und das ist wie in der Formel 1. Jede kleine Millisekunde kann viel ausmachen. 2-0 gegen Wolfsburg. Das macht mich glücklich. Dafür, dass Wolfsburg in der ersten Halbzeit so extrem besser war und auch die Chancen hatte, haben wir alles richtig gemacht. Jetzt... Ah, ich glaube, der war im Abseits. Nein! Er ging nicht ran. Das ist schon mal gut. Oh, Van der Vaart. Oh, hat sich aber Benelio was getraut. Jetzt muss Van der Vaart noch passen. Och, Junge. So, jetzt muss ich aber ganz schnell hier mal was machen. Ich habe die Schnauze voll. Van der Vaart. Sein zweites Spiel in Folge, wo er einfach nicht so gut ist. Ah, das hätte doch jetzt einfach... Wenn das gesessen hätte, ne? Dann hätten wir das 3-0 gemacht. So, jetzt müssen wir hier erstmal... Oh, Abseits. Schön. Das freut mich. Da bin ich ja jetzt ja richtig glücklich. Ja, und wie. So, jetzt holt B. Jetzt hört mal auf hier, den auszupunt. Geht aber gar nicht. Äh... Kommen wir da hinten hin. Digmeier. Ja. Jetzt muss er nur noch kriegen. Ja, Naldo, der ist natürlich groß. Rami. Ach, der macht immer echt gute Defensivarbeit. Ich darf nicht immer so viel meine Spieler loben. Meistens sind sie danach nämlich immer schlecht. Gar nicht gut. Komm, den hast du noch... Können wir eigentlich nochmal wechseln? Das ist so eine Sache, die mich immer nervt, dass hier nirgendwo immer angezeigt wird, wie viel man wechseln kann. Aber ich habe Iciliowicz und Holpi reingebracht. Wir können auf jeden Fall noch einmal wechseln. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Um defensiv abzusichern, nehmen wir jetzt mal Rami raus. So. Auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Aber er war schon müde. Oh. Benadio jetzt schon vorne. Dabei haben wir erst die 86. Minute. Dann kontern wir doch jetzt mal. Das wäre mal richtig nice. Man kann leider von hier aus noch nicht schießen. Ach, schade. Das ist auch schon schwach. Den haben wir doch eingewechselt. Den haben wir nicht. So, jetzt aber. Ah, genau das meine ich. Das funktioniert einfach nicht. Von da aus. Es ist schon ewig her, dass ich mal ein Tor vom Mittelfeld ausgemacht habe. Ich glaube, um mich jetzt mal kurz zu outen hier bei EA. Das war noch mit Pro Evolution Soccer. Weil ich habe früher zwischen 2005 und 2011 war ich noch Pro Evolution Soccer. Zocker. Guter Satz. Aber für mich haben die einfach so extrem nachgelassen, dass ich jetzt seit dem 12-4-12 war einfach richtig Fan von FIFA geworden bin. Und wir haben gewonnen. Das ist schon mal eine schöne. Podolski macht mal wieder ein Tor. Das freut mich sehr. Müllers Tor war natürlich der Oberhammer. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wir schauen uns die Tabellern. Wolfsburg hat wirklich mehr Ballbesitz gehabt. Gibt es ja nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Schussgenauigkeit. 100%. So muss das aussehen, Leute. Bayern hat ein Unentschieden gespielt. Dortmund auch. Wie geil ist das denn? Und Hertha ist Tabellenführer. Das gibt es doch nicht. Herr Oberhammer. Wir bleiben trotzdem noch Vierter. Trotzdem des Sieges. Und, ähm, Leverkusen hat Bayern eingeholt. Trotz Unentschieden, wie es aussieht. Ne, die haben auch gewonnen. Mhm. Okay. Und jetzt geht es in die englische Woche. Nordderby gegen Bremen. Wir kriegen ja ein Angerot von Neuseeland. Aber wir wollen erstmal nicht national machen. Also, seid dabei in der nächsten Folge, wenn es dann losgeht, gegen Werder Bremen. Das wird heiß. Bis dahin. Tschüss. Und alles zu lange. Wenn keiner mitläuft. Sehr schön von Müller. Und Lasoga. Pfosten. Aber es gibt es doch nicht. Und er pfeift. Die Glamage ist klar. Gegen den Pfosten. Al Caramba.